Der beste Rapper ist Diplom-Ingenieur, Geistesgestörter Sound-Nerd, Text-Nerd, Flow-Nerd Auf Sportseiten ist er täglich unterwegs, ohne ob nur einen Hip-Hop-Szene-Prob zu lesen ergibt Kein Fick, aber Hip-Nicher, für mehr Output hältet ihn von Facebook ab Ich sag, der beste Rapper ist neines Lied aus wie 16, bevor er sprechen konnte, hat man ihn schon ratten sehen Der beste Rapper hat ein ganz tolles Zeugnis, jetzt ist der Rapper, der ganze Kack bringt die Leute nix Kritiker sagen, er redet so oft vom Abitur, 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 Abitur Er ist so eines Pastors, durchgeknallt wie japanischer Atomreaktor, Abitur, mit dieser Szene hat ihm nichts zu tun Trotz dem zieht sein schönes Gesicht wie Juice, der beste Rapper ist alles an eine Disc-Track-Kollektion Er muss hier nur kurz aus einer Müll-Ton-Abron, obwohl er euch echt mag Wann ihr so oft an ihn denkt, wenn er so lange weg war? Und was ist besser als Nummer 1 in den Charts? Ihr, alle anderen steht unter meinem Radar Applaus